Na, das ist ja mal ne Überraschung. Ein kleines Päckchen von der Ines. Haha, der Paule kommt auch gleich an. Paulchen. Na, machen wir mal nachschauen hier. Ihhh, Leckerli für Paule. Guck mal hier. Eine Karte, hier werde ich gleich lesen. Och, die sieht ja niedlich aus. Guck mal Paulchen, alles Leckerli ist. Da guckst du nicht, Paule? Auch nochmal Leckerli, aber nicht für Paule. Und nochmal Leckerli. So, dann werden wir erstmal die Karte lesen. Danke dir recht herzlich. Und die Karte gefüllt noch. Sie sieht auch schön niedlich aus. Haha, putzig. Na, Paule. Mal probieren hier, ja. Geflügel. Das wären wir mal neben, nicht? Da ist das jetzt nochmal verpackt. Hier drin verpackt, hier verpackt. Deutschland ist Verpackungsweltmeister. Ja. Na, Paule. So, müssen wir jetzt mal aufmachen hier. Na, warte nun. Hier. Na, das schmeckt denn ja schon erstmal, wa, Paule? Hä, das schmeckt nach mehr, wa? Hä, das schmeckt nach mehr, wa? Ja, da ist nichts drinnen mehr. So, alles, alles. Alles, alles. Na, eins noch, wa? Also, das ist schon erstmal gut. Ach, guck mal, der leckt Nutella ab. Prima. Ja, das alles, alles, alles. Ja, das muss ich jetzt mal verdauen. Ein kleiner Dicker. Ja, das muss ich jetzt mal verdauen. Ja, nochmal vielen Dank. Wie du siehst, Paule schmeckt das.